Musik So Freunde, und jetzt lassen wir es wieder krachen im wahrsten Sinne des Wortes. Hier stehe ich meine Damen und Herren, das ist die Connie, das ist die Verena aus Reisen, das liegt in der Nähe von Erwin in Oberbayern und sie haben ihre Gorsenschneuzer mitbracht, also speziell jetzt an diesem Wiesensamstag für euch in der Allianz Arena, die Reisner Gorsenschneuzer. Applaus 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 Vielen Dank.